Ja, 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 ja. Ich hab's, erzähl ich mir. Da, ist unser Schlagzeug. Kinder, ihr seid unser Schlagzeug. Genau. Da schau dir was, aber ihr werdet sehen, es ist ganz einfach. Wir teilen euch in zwei Gruppen auf. So, hier, hier an dieser Seite, vielleicht bist du dir. Und dann, ha, ihr seid meine Gruppen. Und ab hier, hier an meine Gruppen. Wir beginnen mit der Highlight, die Highlight sind an den Schwanz, und die beiden Blenden. Die kann man mit den Ströcken spielen, das klingt dann so. Zinke, zacken, 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 zinke, zacken. Dann können wir hier mit den Arm machen. Ja, ist das schön. Prima, wunderbar. Okay, dankeschön. So, wir wählen die Große und die Kleine Trommel nach. Und ihr seid nicht ganz so schüchtern wie die Anrufe. Ihr macht Trommeln, ne? Ihr macht Wum-Chak, 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 Wum-Chak. Wum-Chak, 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 Wum-Chak. Sehr schön, sehr schön. Aber ich wollte nicht so ruhig sitzen, sondern ich nehme mal die Füße bzw. einen Fuß und die Hände dazu. Wir gehen mit dem Knochen raus. Das hier zu! So! Kali! Das ist gut! Knochen! 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 Wunderbar! Schön! Wechseln die beiden Hände. Wir bilden die Hände nach. Wir bilden die Hände nach. So, genau. Super! Pumpe! 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 Super! Jetzt kommt unser erster Break. Der geht so. Bodentrempe, Feuerleiter Dach Blix! Bodentrempe, Feuerleiter Dach Blix! Bodentrempe, Feuerleiter Dach Blix! Feuer, weiter nach rechts und weiter. Feuer, weiter nach rechts und weiter. Okay, sehr schön! Lassen wir uns jetzt wieder ruhig zusammen. Feuerländer Park, Licht! 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 Wunderbar, Dankeschön! So, dann war es Punkt 1 und dann gibt es noch ein Punkt 2 und da fangen wir an mit dem Wort Waschritt Hesselbauer Waschritt Hesselbauer Waschritt Hesselbauer